Es wäre natürlich schon schön, wenn mehr Platz für Kinder, Fußgänger, Fahrradfahrer zur Verfügung stehen würde. Vor allem, weil man ja weiß, dass die meisten Autos eigentlich die ganze Zeit nur rumstehen. Wir hatten auch für sowas mal hier als Test eine Ampel und das fand ich super. Ich möchte, dass die Autos nicht mehr so laut hier rumfahren, weil ich sonst echt nicht abends schlafen kann. Also mir ist es wichtig, dass es weniger Durchgangsverkehr in den Kids gibt, damit man dieses Raum auch für sich beanspruchen kann. Für Spazieren, für Fahrradfahren, für vielleicht Gespräch kurz mit Nahwaren. Das ist eine ganz angenehme Atmosphäre. Meine Straße würde so aussehen, dass der Bürgersteig auf jeden Fall viel größer ist als die Straße. Und dann würde ich machen, dass die Autos durchfahren dürfen, aber ganz vorsichtig, damit die Kinder auch noch spielen können. Die positiven Seiten daran wären, dass meine Kinder so aufwachsen könnten wie ich damals, dass man auf der Straße spielen kann. Als Eltern das Gefühl hat, das ist kein Problem. Da sind die Kinder unten sicher. Und ich abends mit den Leuten im Kiez sitzen kann, ohne die ganze Zeit die Müllerstraße zu hören. Das wäre einfach eine viel schönere gemeinschaftliche Sache.